Willkommen zurück zu Lost in Wendem. Beim letzten Mal sind wir einem gespensterischen Gespenst halt gefolgt und sind halt jetzt irgendwie hier gelandet. So, und wir versuchen. Ja, jetzt lernen wir auch mal ein bisschen was, äh, wir lernen etwas kennen über Einsfelden, wie hieß das, glaub ich, ne? Nicht Eins-Stadt, ne, ich wohne in Eins-Stadt, weißt du? Ähm, ne, sondern halt Einsfelden. Wir sind einem Geist gefolgt, von dem unser liebes Mädel halt glaubt, ähm, es führt einen eventuell irgendwie zur Schwester, weil sie halt die Hoffnung nicht aufgibt und alles. Mal gucken, mal gucken, ob's halt wirklich so ist. Komm schon, Burn, just hit it, it's right there. He's trying, Lucky. Oh, shucks, now I'm all out of potatoes. Ha, no breakfast tomorrow, and you couldn't hit the spot. Oh, smooth going bad. But it wasn't my, äh, I mean, you're the one who, äh, oh, I guess you're right, Lucky. Okay. Ich kann mit denen reden. Äh, nein, ich habe mich rausgeschlichen. Hm. Honestly, even, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, even, even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are so touchy. Hm. Was macht ihr alle hier? We're playing. She was talking to me. I think she was talking to all of us. Even we're playing. We're playing hit the pot with the potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. Okay, warum seid ihr so spät noch? Hatt's ja doch quasi jetzt gerade gesagt. Oh gut. I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You're getting a load of these bloobs even. Okay. Meine Schwester ist eine Sechserin geworden und das war nicht so toll. Well that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is lucky and... He meant how come even thinks it didn't work out lucky. Wenigstens einer. Weißt du, der ein bisschen schlau ist. Er sieht vielleicht nicht schlau aus. Aber man soll ja auch nicht vom äußeren... Ne? Und so. Ich finde auch die ganzen Charaktere, die haben so'n... so'n leichten Touch von Tim Burton Charakteren. Vielleicht nicht unbedingt vom Gesicht her, aber halt so von den langen Extremitäten und allem. Und auch die Arme von der Lucky da, ne? Die sehen ja auch aus, als seien die halt zusammengenäht worden. Wobei es halt natürlich halt eigentlich halt nur deren Stoff... Ärmel, aber... Sieht halt so'n bisschen so aus. Aber gut. Ähm... Ich glaube sie versucht mir aus Sextopia eine Nachricht zu schicken. Mit dem Geist. Ha! Ha! Du bist richtig. Wie eine Sexta, die sich über die Hauwana interessieren. Bitte! Das könnte passieren. Du wirst nicht wissen. Ich glaube es klingt mysteriös. Ich liebe Mysterien. Danke. So. Und hier kann ich die Dinger zerschießen, ja? Oh. Zack. Ich habe Geld. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Geld anfangen kann. Aber. Ich habe Geld. Geld kann man haben. Man kann's auch sein lassen. Geht das hier mit dem Topf auch? Nein. Okay. Okay. So. Wo kann ich jetzt hier hinziehen? Warum zeigt er das hier nochmal? Vielleicht auch einfach nur, weil er es kann. Ich weiß es nicht. Wo willst du nicht hin? Ist das hier die Stelle, wo wir hinter dem einen Wächter lang gelaufen sind? Ich glaube fast ja. Wo ist das hier? Hallo. Hallo. Ich glaube hier sind wir tatsächlich lang gelaufen. Och komm. Och komm. Jetzt zerschießt das Ding. Dankeschön. So. Also wenn es zu nahe ist, ist schlecht, ne? Also die Trefferchance von so einem Ding ist halt auch eher so... So. Hitbox funktioniert halt nicht, weißt du? So. Von der Geschossen halt. Nur die Geschosse. Den Rest kann ich noch nicht beurteilen. So. Hier stand ja irgendwo die... ...Rekrutiererin oder wie auch immer man das nennt. Die, die einen hier quasi Werbeflyer in die Hand drückt. Von wegen so... Hey Würfelt, hey! Zwölfjährige Würfelt, hey! Würfeln, hey! Hm. Als ob das eine Wahl wäre, weißt du? Okay. Oh, hier geht's auch irgendwo runter. Wohin? Wenn hier irgendwie Knack- oder Klackgeräusche sind, das ist irgendwie der Regen, der an die Fensterscheibe prasselt. Ich entschuldige mich für Naturgeräusche. Ich kann nix dafür. Ich kann das Fenster nicht dämmen. Es ist halt einfach so. Tagebuch und Karte. Gute-Nacht-Geschichten. Nach einem außergewöhnlichen Traum durchsuchte Even ihr Haus nach... irgendetwas. Und bald fand sie es auch, das Spielzeug, das sie Odd an ihrem Geburtstag gegeben hatte und das eine seltsame leuchtende Gestalt für sie hinterlassen hatte. An dem Tag, an dem sie entführt wurde, Even wusste zwei Dinge. Erstens, dieses Wesen war irgendwie mit Odd verbunden. Zweitens, sie würde sich nie verzeihen, wenn sie ihm nicht folgte. Okay. So, was haben wir hier noch? Das ist quasi unsere Karte, ja. Wie es sind, wo? Da ist irgendwie ein Ausrufezeug. Ich weiß noch nicht, warum. Vielleicht sollte ich da auch nochmal zurück. Es gibt hier anscheinend ja Nebenquests. Ja. Die Kantenstraße, ah ja. Märchenbuch ist noch nicht. Dann gehe ich doch nochmal zurück. Ist doch hier jetzt richtig, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe halt nicht unbedingt, wo ich bin. Kann ich in das große Auge schießen? Hui. Okay. Ich dachte, es würde irgendeine Form einer balistischen Kurve... ...sein, aber nein. Nicht, dass du mich siehst. Okay. So. Warte, 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 warte. Ach ja, L1 war hier rennen, ne? Genau. Ich habe keine Ahnung. So, irgendwo da komme ich ja her. Ach guck mal, hier, hier. Da ändert sich jetzt gerade die Karte. Okay, also da oben kommen wir überall her. Ja. Okay. Ja. Ist ein bisschen... ...ungewohnt, so eine Karte zu lesen. So eine Karte, auf der man nicht genau sieht, wo man ist. Aber... Ich habe das Grundkonzept der Karte verstanden. Es kann jetzt nur besser werden. Jetzt betreten wir 1 Felsen. So. Das heißt, wir sind da... Okay, das heißt, die Quest kommt erst da unten. Wenn wir die Teekannstraße hier unten erreichen. So. Navigation gelernt. Ob ich das jetzt auch noch hinkriegen werde? Das ist einmal dahingestellt. Hier, die Teekannstraße, die betreten wir quasi gerade. Guten Tag. Die reden nicht mit mir, aber du bestimmt. Ein Geist? Ich glaube, er kennt meine Schwester. Ein Geist? Ich glaube, es könnte meine Schwester sein. Ein Geist. Ich glaube, er hat etwas mit meiner Schwester gemacht. Ich glaube, er kennt meine Schwester. Ich weiß nicht, wenn ich mich erinnere. Sie ist in der Königs-Karte jetzt, Kind. Es gibt nichts, was uns von uns tun können. Aber sie braucht meine Hilfe. Und ich denke, du solltest sogar auf sie verbrechen. Sie ist jetzt eine Sechser. Niemand kommt davon zurück. Niemand kommt davon zurück. Hm. Hm. Okay. So. Das war jetzt dieser große Platz, nehme ich an. Was haben wir hier denn noch? Auf jeden Fall irgendwie so ein Ding da. Bam. Da komme ich auch gar nicht rüber. Warum denn das nicht? Komme ich da über andere Wege hin? Ich habe keine Ahnung. Da ist der Geist. Okay. Kann ich den... Nee, kann ich ja nicht. Hat ja die Katzen schon gezeigt, dass das nicht geht. Da ist das Ausrufe zu Ende. Das heißt, da geht es dahin. Wir gehen aber erstmal gerade aus, da ist irgendwie eine Art Leiter oder sowas. Das interessiert mich. Random Rules. Ja, ja. Oh. Diese Attacke ist nicht so effektiv. Ich kann schon hier sein. Kannst du mich nicht hier in den Hafen lassen? Ich bin nur ein harmloses kleines Mädchen. Ich würde dich selbst nach Hause gehen, wenn ich nicht so beschäftigt habe, diese Umgebung zu schützen. Wie ihr seht. Es ist ein sehr wichtiges Job. Jetzt riech, kleine Frau. Du solltest nicht hier sein. Hm. Sag mir, was du hinter diesem Tor versteckst. Ein Hafen. Ha! Es gibt keine... Es gibt keine Geheimnisse hier, kleine Frau. All den Tag lang, und all den Jahr lang, und all das Leben lang. Es gibt nur eine Sache, die hier passiert. Der Schrank wird auf die Böse. Dann kann ich mir das ja angucken, ne? Wohin wird der Müll gebracht? Mhm. Du weißt es nicht, oder? Ah, ja. Die Idee, dass die Frau nicht ihre ultime Geheimnisse mit mir mit mir verhältn würde, ein randomer Sicherheitsgurter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich versuche dir, ich weiß definitiv, alles die guten Dinge. Ich bin einfach nicht bereit, sie zu verhältn. Ah, ja. Hm. Mir kannst du das erzählen, ich bin nur ein kleines Mädchen, mir würde sowieso keiner glauben. Ha! Das kann wohl wahr sein, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht die König-State-Segreten vertreten würde, welche ich dir sicher bin, ich bin definitiv bereit. Mit dir. Jetzt ruf nach Hause, es ist über deinem Bett. Ah, Quack. Jetzt ruf nach, kleine Frau. Oh, ich kann Ihnen nichts weiter fragen, ich will Ihnen die anderen Fragen auch noch fragen. Oh, hier geht die Leute runter. Dann, gehen wir die mal. Vielleicht führt die uns ja zum Müllhalde. Das ist auf jeden Fall sowas, machen wir kaputt. Ich weiß ja noch nicht, wofür ich das Geld brauche, aber das ist ja auch egal. Geld hat man, um es haben zu wollen. Oder so, ich weiß auch nicht. Wir können übrigens nicht springen. Also, irgendwie über Hindernisse springen ist nicht, wir müssen, um Hindernisse herumlaufen. Also, man kriegt hier irgendwann nochmal eine Sprungfähigkeit, was ich aktuell noch nicht so wirklich glaube. Okay. Ein bisschen Geld. Für ein bisschen Geld kann man ruhig mal hier unten gewesen sein. So, ich versuche ja auch irgendwie, ne, mich hier genau zu gucken, nicht da ich hier irgendwie super duper sequels oder sowas verpassen, oder andere einsammelbare Gegenstände. Kann ich jetzt rein? Oh, okay. Das ist also das Banner der Königin, ja? eine Klaue und ein schwarzer Würfel. Wovon wir schon gehört haben, der mächtige, legendäre schwarze Würfel. Und ich denke auf die anderen Stege, da komme ich nicht drauf. Dann, gehen wir mal weiter. Da. Find den Geist. Abgeschlossen? Ich hab den Geist nicht gefunden. Oh, was ist's? Da ist der Geist. Oh, komm mal! Oder was, was dieser Geist wollte, scheint es zu verbringen, sogar hier zu bringen. Aber warum? Slums von Einsfelden. Okay. Ein Slums da ist man natürlich immer gern, ne? Wir haben hier irgendwas. Wir haben da auch irgendwas. Kann ich so weit schießen? Äh, tatsächlich. Der Wahnsinn. Ich komm noch nicht rein. Einfach die ganzen Basen kaputt machen. Einfach weil ich's kann. Nicht weil ich's muss, sondern nur weil ich's kann. Oh, der Hut war im Weg. Okay, ich denke mal, hier sind wir auch auf diesen komischen Stegen, dann letztendlich, die ich von der anderen Seite schon mal gesehen hab. So, wer bist denn du? Manfred Modder. Ah ja. Well. Well, 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 well. Look at you. Was ist mit mir? So far from home. And all alone. You're lucky the queen is looking out for you, child. You've heard the good news, haven't you? Dieser Typ ist mir ziemlich suspekt. Er heißt Manfred. Ich suche hier nur noch einen Geist. The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her. Because you know, her rule is law. She is eternal. Okay, und das sind gute Neuigkeiten. Hmm. She's never wrong. She makes the rules. Random rules. And they're always right. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me. Upriding her shining spider stallion. Notices my love for her. Notices my worship. Yep. Ein Spinnenhengst? Okay, du liebst die Königin wirklich. More than life. More than life. I just want to be her. To be with her, I mean. To feel her hand on my head and know she judged me and found me good. It would completely destroy me. I'd love every minute of it. One town was unique. Some who lived here were kind. Treating the queen with respect and others seem to have been broken by her in one way or another. But it was home. The only home even had ever known. Okay. Okay, da ist der Geist wieder. Kann ich hier irgendwie hin? Ja, kann ich irgendwie runterspringen? So, bevor ich zum Geist gehe, gehe ich da hinten nochmal lang. Weil... Warum nicht? Ich glaube, hier komme ich tatsächlich nicht irgendwo besonders hin. Ich glaube, da ist alles einfach nur so ein ewiger Kreislauf. Kommische Farbe an dem Ding. Ja, okay. Random Rules. Random Rules. Rühm und random. Ben, vier Geist. Ah, ja. Äh... So wie in Zwei-Stadt. Äh... Big City-Life. It must be so glamorous to be so cosmopolitan. So... Two-sided. Und wie ist es in Dreiheit? The Glory of Battle. Yours for the taking. Verruhen und Dreiheit. Okay. Ähm... Wie sieht's denn aus in Vierburg? Before the War, it was a sight to be old. Now though, after the Queen ruined it trying to find those... ...awful rebels. Ah, it's so dreadful there. Okay. Okay. Und fünf Tropolis. I hear everyone works so hard there. It's where the magical cards used to be made, you know? Und was ist mit Sextopia? Ah, it must be so wonderful there. Aber er weiß es auch nicht. Okay. Warum fragst du? Das tut mir leid. So... ...it's not what it used to be. It doesn't have to be equal to be fair. It's what my mom always used to say. Before she... ...and before I... Well... It's, uh... ...ancient history now. The Queen works in mysterious ways. And it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice. Knowing what was about to happen. Hast du irgendwelche Geister gesehen? Zum Würfeln nochmal. Es hat irgendwie auch, ne? Schon fast was Paradoxes schon, ne? Ich mein, man kennt das so. Von unserer Realität, ne? So vergangenheitsmäßig und so. Leute werden in ihren Beruf quasi hineingeboren. Ja? Das heißt, dein Schicksal war im Mittelalter schon besiegelt mit da, wo du aufgewachsen bist. Hier ist es so, es ist zufällig, was du bist. Und was du wirst. Und wo du herkommst. Ist alles purer Zufall. Und du hast die Möglichkeit, durch Zufall alles Mögliche zu werden. Und das ist irgendwie voll interessant. Aber so wie das hier aussieht, scheint es auch nicht immer unbedingt das Beste zu sein. Gerade halt, wenn es hier um Freiheit geht. Wenn du halt dann irgendwie in den Krieg ziehen sollst. Und eigentlich bist du so ein Pazifist Pazifist oder keine Ahnung, jemand, der einfach nicht dafür gemacht ist. Und dann würfelst du und du sollst irgendwie dein Land verteidigen. Ne? Oder keine Ahnung, du bist in Sextopia geboren. Kennst rum und Ehre und Reichtum und Hass nicht gesehen. Und dann würfelst du eins wie unser armer Schlucker hier. Das ist kein Upgrade, das ist ein Downgrade. Ne? Wirst du in Sextopia geboren, kannst nur nach unten gehen oder halt bleibst auf der Ebene. Das kann sich auch jedenfalls nicht verbessern. Ja. Das ist schon kurios. Aber nur gut. Ich würde sagen, ich baller hier eine Runde und dann mache ich hier eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann, obwohl wir jetzt noch nicht sonderlich viel geschafft haben, in der nächsten Folge von Lost Rewendom. Dann wieder. Bis dahin, viel Spaß und noch. Vielen Dank für's Zuschauen und bis dann.